Ich bin überzeugt, dass ich aufweist. Zweifelig. Wir gehen jetzt reißen gleich auf! Zur Kasse um 5 Uhr ist USA in Stutt. 10 Uhr rüber! Alles sieht so scheissegut aus. Ich will überall fahren. Wir haben uns da unten eine Rinde angeschaltet. Jetzt gehen wir da gleich mal hin. Dann gucken wir mal gescheit in die Hosen, seilen uns rein und dann hoffen wir, dass wir da unten alle heil rauskommen. Segeln für Dummies! Das ist die Drehblattung! Das ist die Drehblattung! Wooh! Komm schon! Das ist eine Drehblattung! Shit! Hahaha! Haha!